Die Plattform Venus.io macht einen Airdrop und zwar bringt die einen neuen Token raus, den VRT-Token, das wird der neue Venus Reward Token. Das heißt also, wenn man auf der Plattform Venus.io mitmacht, bekommt man zukünftig nicht mehr XVS-Tokens, sondern man bekommt VRT-Tokens und diese neuen Tokens werden an alle verteilt, die zu einer bestimmten Blocknummer, also wenn eine bestimmte Blocknummer gemeint wird, XVS-Tokens in ihrem Wallet haben. Dann schauen wir uns das mal kurz an und zwar, hier ist die Ankündigung, die ist vom 30. April und hier steht, dass also diejenigen, die XVS-Tokens, Venus Token Holders, also diejenigen, die XVS-Tokens in ihrem Wallet haben, dass diejenigen dann, wenn dieser Block gemeint ist, danach irgendwann VRT-Tokens bekommen. Und das heißt, ihr müsst also, wenn ihr hier mitmachen wollt, wenn ihr also VRT-Tokens per Airdrop geschenkt haben wollt, müsst ihr, wenn dieser Block gemeint wird, XVS-Tokens in eurem Wallet haben. Und hier gibt es eine kleine Falle und zwar steht hier, dass das der 15. Mai sein wird, dass also am 15. Mai ihr diese Tokens im Wallet haben müsst. Das stimmt aber nicht, denn dieser Block hier, der kommt nicht am 15. Mai raus, sondern der kommt am 17. Mai raus, zumindest nach aktuellem Kenntnisstand. Denn die Binance Smart Chain, die ist im Moment sehr langsam und die Blocknummern verzögern sich immer mehr. Die Blockzeiten werden länger und dadurch verschieben sich eben die Blöcke. Man kann also so sagen, es ist wahrscheinlich der 17. Mai, von dem hier die Rede ist. Kann aber auch sein, dass es noch später wird. Ihr müsst auf jeden Fall, das ist entscheidend, zu dieser Blocknummer hier 7479562. Wenn diese Blocknummer gemeint wird, müsst ihr XVS-Tokens in eurem Wallet haben. Wer nimmt noch teil? Es gibt noch eine zweite Variante und eine dritte Variante. Die zweite Variante ist, wenn ihr den VXVS-Token in eurem Wallet haltet. Und was ist der VXVS-Token? Der VXVS-Token, das ist ein Token, den man bekommt, wenn man bei Venus XVS eingelegt hat als Supply. Also wenn ihr hier bei Venus auf der Plattform mitgemacht habt und ihr habt XVS-Tokens bekommen und diese dann hier eingelegt wieder als Supply, dann habt ihr automatisch VXVS-Tokens in eurem Wallet drin. Das ist quasi eine Quittung, die ihr bekommt, wenn eure XVS-Tokens hier liegen und quasi an diese Plattform ausgeliehen wurden. Wenn ihr also auf Venus schon mal gearbeitet habt, dann lohnt es sich mal hier unter Vote nachzuschauen, ob ihr Venus-Tokens noch hier collecten könnt, ob ihr die noch abholen könnt. Wenn ja, wäre das gut, das zu tun vor dem entsprechenden Block, also vor dem 15. Mai oder 17. Mai und also jetzt bald. Und auf dem Wege also dafür zu sorgen, dass ihr diese Tokens, die hier sind, noch in eurem Wallet habt. Die genauen Einzelheiten zu dem AirDrop, die findet ihr auf der Webseite von Venus.io. Ganz unten gibt es den Medium, also das Medium von denen. Wenn man hier drauf geht, gibt es einen Artikel und hier, genau hier ist dieser Artikel. Hier stehen die Einzelheiten zu diesem AirDrop nochmal drin. So, die dritte Möglichkeit, wie ihr an diesem AirDrop teilnehmen könnt, ist, wenn ihr XVS-Tokens auf Binance.com liegen habt, dann seid ihr auch für den AirDrop vorgesehen. Vorausgesetzt natürlich, dass diese Tokens auch, wenn diese Blocknummer gemeint wird, noch bei Binance in eurem Wallet liegt. Also das sind die drei Möglichkeiten. XVS-Tokens im Wallet, wie zum Beispiel Metamask. Zweite Möglichkeit, XVS-Tokens eingelegt hier bei Venus. Und also hier bei Venus. Und die dritte Möglichkeit ist, wenn ihr bei Binance.com XVS-Tokens liegen habt. Wenn, dann bekommt ihr im Verhältnis 1 zu 1000 VRT-Tokens per AirDrop in euer Wallet. Ich nehme an, dass wenn ihr die bei Binance.com liegen habt, dann erscheinen die auch bei Binance.com. Wenn ihr die auf Meta, wenn ihr die anderen beiden Varianten habt, also einmal hier eingelegt oder hier im Wallet in Metamask liegen habt, dann werden diese VRT-Tokens in eurem Metamask-Wallet auftauchen. Im Verhältnis 1 zu 1000. Also ihr bekommt für jedes XVS 1000 VRT-Tokens. Und wenn ihr weniger als ein XVS habt, dann bekommt ihr eben einen entsprechenden Anteil. Also das heißt, wenn ihr 0,5 XVS habt, dann habt ihr 500 VRT-Tokens und so weiter. Ich glaube, es gibt ein Minimum, einen Betrag, einen Minimalbetrag und der ist 0,01 XVS. Bitte macht euch nochmal selber schlau. Lest nochmal diese Doku, die ich gerade angegeben habe. Ich schreibe das auch unten hier in den, in die Description. Genau wie diesen Block-Countdown. Die URL, die werde ich auch in die Description unten rein tun. Dann könnt ihr also nachschauen, wie lange es noch dauert bis zum AirDrop. Und das ist also im Grunde das zu dem Thema VRT-Token. Und was es jetzt noch gibt, das ist, dass es, dass die ein NFT oder mehrere NFTs verteilen werden über AirDrop, wenn ihr mehr als 10 XVS Tokens in eurem Wallet habt, inklusive VXVS. Also wenn ihr insgesamt hier in der Einlage und im Wallet 10 XVS habt, wenn ihr das also zusammen addiert und ihr seid bei 10 oder mehr, dann bekommt ihr von denen ein NFT, was auch immer das sein soll und was man damit anfangen kann, ob das Ding mal jemals was wert wird und so weiter. Also jedenfalls kriegt man dann halt irgendwie ein NFT. Mal gucken, was das wird. Und das gilt nicht, soweit ich es erfahren habe, für diejenigen, die auf Binance.com ihre XVS Tokens liegen haben, sondern nur für diejenigen, die hier eingelegt haben und im Metamask Wallet XVS Tokens haben. So, dann was kann man erwarten? Die Frage ist, lohnt es sich den XVS Token jetzt zu kaufen? Das glaube ich persönlich nicht, denn der Kurs vom XVS Token ist relativ hoch zurzeit. Der liegt so bei 119 Dollar. Der ist in den letzten Wochen seit der Ankündigung sehr stark gestiegen. Es war irgendwo hier, würde ich sagen. Ja, hier ist der 1. Mai, also das heißt, dann ist das der 30. April. Da war die Ankündigung und da war der jetzt auf 116 Dollar. Der ist jetzt irgendwie auf 119, aber er war schon auf 133, 138 Dollar sogar vor ein paar Tagen. Und es ist also im Prinzip damit zu rechnen, dass dieser Token eher jetzt teuer ist, weil es sicher viele Leute gibt, die den extra kaufen, um von diesem AirDrop irgendwie zu profitieren. Dann ist also die Frage, lohnt es sich da jetzt noch einzusteigen? Das müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass also dieser XVS Token auch wieder im Wert fällt, wenn der AirDrop gewesen ist. Das heißt, die Leute, die jetzt diese XVS Tokens nur wegen des AirDrops gekauft haben, die werden nach dem AirDrop wieder verkaufen, viele von denen. Und dann wird also entsprechend der Preis sinken. Da ist dann die Frage, wahrscheinlich wird auch der VRT Token nach dem AirDrop sinken. Das ist häufig so bei einem AirDrop, weil die Leute, die diesen AirDrop, die davon profitiert haben, die größtenteils verkaufen sofort. Wie auch immer, also man weiß es nicht, was passieren wird. Aber mein Gefühl ist, oder ich werde das so, das ganze Ding so handhaben, dass ich davon ausgehe, dass beide Tokens erstmal nach dem AirDrop im Wert fallen. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Und das heißt, was man gut machen kann, ist jetzt noch vorher hier quasi in Supply irgendwas einlegen, um über die Rewards hier dann XVS Tokens zu bekommen. Man muss also sich auch ein bisschen beeilen, weil die Rewards, die man hier kriegt, die sind relativ, die kommen relativ langsam zustande, zumindest bei kleineren Beträgen. Und man muss ja 0,01 XVS mindestens zusammenkriegen, um hier überhaupt berücksichtigt zu werden. Aber das ist ein Versuch wert. Dann kann man die hier, muss man dann natürlich auch noch rechtzeitig abholen vor dem entsprechenden Block, dass man also im Prinzip hier wirklich berücksichtigt wird. Das wäre so mein, das ist so meine Einschätzung dieser ganzen Angelegenheit. Macht euch selber schlau, macht euch eigene Gedanken, trefft eure Entscheidungen. Natürlich ausschließlich basierend auf euren eigenen Informationen. Und dann wünsche ich jetzt erstmal viel Glück, viel Erfolg bei dem AirDrop. Bis dahin.